Moin Moin und willkommen zur Reise durch ein unglaubliches Bücherwurmloch. Wir starten bei der Stabi, Hamburg und seine Bauten von 1914. Und mit dem IIIF Detective öffne ich das Buch im Chronoskop. Hier öffnen sich alle Seiten und ich gehe zu einer Hamburg-Karte, die für Hamburg-Geo referenziert wurde. Zu dieser Karte von 1914 gibt es eine Variante von 1901, die wiederum aus einem Buch stammt. Die Gesundheitsverhältnisse Hamburgs im 19. Jahrhundert und dort ist sie. Und von diesem Buch geht es zur Bibliothek, zurück zur Stabi. Vielen Dank für die Reise durch das Bücherwurmloch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.